Auch wenn ich jetzt nicht getroffen hätte, bin ich in Dortmund angekommen. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft Erfolg hat, dass die Mannschaft gewinnt. Und das war der erste Schritt, wieder in die richtige Richtung. Aber wir wissen auch, dass wir noch eine Menge Arbeit haben. Aber wie gesagt, natürlich freue ich mich über das Tor und dass wir das Spiel haben. Natürlich, Fußballer will immer spielen. Das ist natürlich bitter, wenn man auf der Bank sitzt. Aber ja, so wie es gelaufen ist, denke ich, war es für mich persönlich sehr gut und sehr befreiend. Gerade nach so einer langen Phase, in der ich nicht gespielt habe. Ich bin froh, dass die Mannschaft helfen konnte und ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann gewinnen wir einfach zusammen. Ich bin froh, dass es lebe hoch低, da war ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017